Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 106, Ostern in Deutschland. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ostern steht vor der Tür. In ein paar Tagen ist Ostern. Ostern ist ursprünglich ein christliches Fest und wird in vielen Ländern der Welt gefeiert. Natürlich wird Ostern auch von vielen Christen in Deutschland gefeiert. Allerdings ist Ostern nicht nur ein christliches Fest in Deutschland. In dieser Folge möchte ich euch mehr über Ostern in Deutschland erzählen. Was passiert an Ostern? Welche Traditionen gibt es? Und vieles mehr. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Ostern ist eigentlich ein christlicher Feiertag. Ostern ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für Menschen, die zum Beispiel Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche in Deutschland sind. An Ostern feiern Christen die Auferstehung von Jesus Christus. Was das genau bedeutet, das werde ich euch gleich noch erklären. Erstmal möchte ich aber darüber sprechen, was für Vorläufer das christliche Osterfest hat. Das heißt, was gab es vor Ostern? Welche Vorgänger gab es? Der Vorgänger des christlichen Osterfestes ist das jüdische Pessachfest. Die Juden feiern an diesem Tag, dass Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Vor dem Auszug aus Ägypten, also bevor die Juden Ägypten verlassen haben, hat Gott befohlen, er hat angeordnet, dass jede Familie ein Lamm schlachten soll. Ein Lamm ist ein junges Schaf und schlachten bedeutet, ein Tier zu töten. Und mit dem Blut dieses Lammes sollte man dann das Haus bestreichen. Und auch Jesus Christus hat Pessach gefeiert. Bei seiner letzten Pessachfeier hat Jesus mit seinen Jüngern das Brot gebrochen und den Wein gesegnet. Seine Jünger, das waren seine engsten Vertrauten. Und als er das Brot gebrochen hat und den Wein gesegnet hat, hat er gesagt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Er hat dabei schon an seinen eigenen Tod am Kreuz gedacht und hat sich selbst zum Lamm gemacht. Er hat sich zum Lamm Gottes gemacht. Heutzutage im Jahr 2023 ist für Christen Pessach und Ostern im Prinzip das Gleiche. Und Christen erinnern im Gottesdienst der Osternacht an den Auszug der Juden aus Ägypten und an das letzte Abendmahl, also die letzte Pessachfeier. Bei Ostern geht es aber nicht nur um das alte Pessachfest der Juden, sondern Ostern hat aus christlicher Sicht, aus christlicher Perspektive noch eine zweite Bedeutung. Es geht auch um die Wiederauferstehung von Jesus Christus. Der Bibel zufolge wurde Jesus Christus am Karfreitag gekreuzigt. Jesus Christus wurde an ein Kreuz genagelt aus Holz und ist an diesem Kreuz gestorben. Ein paar Tage später, an Ostern, ist Jesus dann aber auferstanden. Jesus ist wieder zum Leben erwacht. Er war wieder am Leben. Und das wird von Christen an Ostern gefeiert. Wie ist denn das im Jahr 2023 in Deutschland? Gehen super viele Leute in die Kirche und feiern dieses christliche Osterfest? In Deutschland sind ungefähr 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche. Heißt das, an Ostern gehen ungefähr 40 Millionen Menschen in die Kirche? Nein, das heißt es nicht. An Ostern gehen sicherlich mehr Leute in die Kirche als an anderen normalen Sonntagen, aber auch nicht unglaublich viele. Es gehen wesentlich weniger Menschen in die Kirchen als an Weihnachten. An Weihnachten gibt es viel mehr Kirchbesucher als an Ostern. Deswegen möchte ich jetzt auch zur zweiten großen Bedeutung von Ostern in Deutschland kommen, nämlich Ostern als Fest für die Familie und für Kinder. Viele Traditionen, die es an Ostern in Deutschland gibt, haben nicht wirklich etwas mit dem christlichen Osterfest zu tun. Ich habe gesagt, dass Ostern ein Fest für die Familie ist. Viele Menschen in Deutschland besuchen an den Osterfeiertagen ihre Familie. Der Karfreitag, der Ostersonntag und der Ostermontag sind offizielle Feiertage in Deutschland. Und über die Hälfte aller Deutschen feiert das Osterfest mit der Verwandtschaft, mit dem Onkel, mit der Tante, mit den Neffen, mit den Nichten. Und wenn man dann die Verwandtschaft besucht, wenn man andere Familienmitglieder besucht, dann sind die Wohnungen oder Häuser oft geschmückt. Es gibt oft Osterdekoration. Und was ist typische Osterdekoration in Deutschland? Das Wichtigste sind wahrscheinlich die Ostereier. Es gibt bunte Ostereier. Man kann diese Ostereier kaufen, zum Beispiel im Supermarkt. Viele Familien malen Eier aber auch selbst an. Sie kaufen Eier und setzen sich dann an den Küchentisch, meistens zusammen mit den Kindern, und malen die Eier an. Aber nicht nur die Ostereier sind ein wichtiges Symbol. Auch der Osterhase ist ein wichtiges Symbol. Und in vielen Wohnungen und Häusern findet man viele, viele Osterhasen. An Ostern kommen die Familien zusammen. Man trifft sich, man spricht miteinander. Aber vor allem für Kinder ist Ostern ein wichtiges Fest und ein großer Spaß. An Ostern suchen Kinder in Deutschland Ostereier und Schokolade. Vor Ostern kommt der Osterhase und versteckt diese Eier. Irgendwo im Haus, irgendwo im Garten. Und an Ostern müssen die Kinder dann diese Ostereier oder Süßigkeiten finden. Wahrscheinlich seid ihr nicht mehr ganz jung. Deswegen verrate ich euch an dieser Stelle jetzt ein Geheimnis. Den Osterhasen gibt es nicht wirklich. Die Eltern verstecken die Ostereier und die Schokolade. Ostereier und Schokolade sind auch sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft tatsächlich. Ein Haushalt ist im Durchschnitt an Ostern 1,1 Kilogramm Schokolade. Und jedes Jahr werden etwa 126 Millionen Schokoladen Osterhasen produziert. Süßigkeiten und Schokolade sind also sehr wichtig. In vielen Familien werden aber auch andere kleinere Geschenke verschenkt. Etwas weniger als die Hälfte der Deutschen verschenkt auch kleinere Dinge wie zum Beispiel Bücher oder Spielwaren. Wenn es aber Geschenke gibt, dann sind das meistens kleine Geschenke. In der Regel gibt es keine großen Geschenke wie an Weihnachten. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Ostern und Weihnachten. Wenn es Geschenke gibt, dann sind sie klein. Was essen denn die Deutschen an Ostern? In ungefähr 30 Prozent der Haushalte in Deutschland gibt es ein Festessen. Also es wird ein spezielles, großes, schönes Essen vorbereitet und gekocht. Viele Deutsche essen an Ostern einen Lammbraten. Also nochmal zur Erinnerung. Lamm, das junge Schaf. Und ihr erinnert euch auch, das Lamm steht in Verbindung mit Pessach, dem jüdischen Fest. Außerdem essen an Karfreitag, also dem Freitag vor Ostern, viele Deutsche Fisch. Heutzutage im Jahr 2023 gibt es aber auch viele Vegetarier und Veganer, die natürlich Alternativen dazu essen. Eine weitere wichtige Tradition an Ostern in Deutschland ist das Osterfeuer. Eigentlich war das Osterfeuer ein Brauch, eine Tradition der Germanen. Es ist eine heidnische Tradition. Heutzutage hat das Osterfeuer aber auch eine christliche Bedeutung bekommen. Was passiert beim Osterfeuer? Beim Osterfeuer macht man große Haufen, also eine Art kleiner Berg aus Holz. Und diesen großen Holzhaufen zündet man dann an. Es gibt ein großes Feuer. In vielen, vielen, vielen Dörfern in Deutschland und natürlich auch in Städten gibt es ein Osterfeuer. Meistens wird das Osterfeuer am Ostersamstag angezündet. Es gibt aber auch Abweichungen. Manchmal findet es auch am Ostersonntag statt. Die Leute gehen dann zu diesen Osterfeuern, schauen sich das schöne Feuer an. Ja, es passiert natürlich am Abend, wenn es schon dunkel ist und es eine schöne Stimmung gibt. Und dann feiern die Leute. Es gibt etwas zu essen. Es gibt etwas zu trinken. Viele Leute trinken auch zu viel und sind dann betrunken. Besonders in Dörfern kann das schlimm sein. Also wer Alkohol nicht so gerne mag, der muss beim Osterfeuer in einem Dorf aufpassen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass der Osterhase Eier bringt. Aber woher kommt diese Vorstellung? Warum glaubt man, dass ein Hase an Ostern kommt, an dem Tag, an dem eigentlich Jesus Christus vom Tod auferstanden ist? Warum glauben die Deutschen das? Woher kommt das? Dieser Glaube, dass der Hase die Ostereier bringt, ist noch nicht so alt. Erst im 19. Jahrhundert hat sich dieser Glauben in Deutschland verbreitet. Davor haben andere Tiere die Eier gebracht. Das waren manchmal Füchse, Störche oder Ostervögel. Der Hase steht aber symbolisch für Christus, für Vitalität und für die Wiedergeburt von Jesus Christus. Das war der Hase. Aber was ist mit den Eiern? Die Tradition mit den bunten Eiern gibt es schon viel länger. Schon seit dem 13. Jahrhundert gibt es in Deutschland den Brauch, Eier bunt anzumalen. Warum? Früher hat man vor Ostern gefastet. Also man hat nichts gegessen oder bestimmte Sachen nicht gegessen. Das hat auch mit der Religion zu tun. Und es war auch verboten, während der Fastenzeit Eier zu essen. Man hat also Eier genommen, sie gekocht, damit sie länger haltbar sind und sie dann angemalt. Man hat sie eingefärbt, damit man sie später von ungekochten Eiern besser unterscheiden kann. Also es war damals einfach eine Strategie, um Eier, die man in der Fastenzeit bekommen hat, aber nicht essen durfte, einfach länger aufbewahren zu können. Das Ei hat aber auch eine Symbolik. Das Ei steht für das Leben. Es steht für Fruchtbarkeit und natürlich auch für die Auferstehung. Zum Schluss möchte ich euch noch von einer Tradition erzählen, die es in manchen Regionen in Deutschland gibt und die dort sehr beliebt ist. Diese Tradition heißt Ostereier schieben oder Eier schieben. Den Brauch gibt es nicht überall, nicht in ganz Deutschland, aber es gibt ihn zum Beispiel im Landkreis Prignitz, in Brandenburg, in Ostfriesland, an der Nordseeküste oder zum Beispiel auch auf der nordfriesischen Insel Sylt. Was passiert beim Eierschieben? Beim Eierschieben treffen sich Kinder und Erwachsene an einem Berg oder an einem Hügel und die Kinder oder Erwachsenen müssen Ostereier ein Hügel hinunterrollen lassen. In Ostfriesland ist das ein richtiger Wettkampf, ein richtiger Wettbewerb. Viele Menschen treffen sich dort und rollen oder werfen die Eier von den Hügeln hinunter. Und es geht darum, dass das Ei unbeschädigt bleibt. Das Ei soll nicht kaputt gehen, es soll heile bleiben und wer ganz viele Eier herunterrollen kann, ohne dass sie beschädigt werden, wer das am besten kann, der ist am Ende der große Sieger. Also das war's zum Osterfest in Deutschland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.